hallo und herzlich willkommen zu battlefit 4 diesmal oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck schnell deployen zu diesmal wie heißt die map white out irgendwas irgendwas blast ich habe nichts aufgeachtet beim laden ist mir auch egal auf jeden fall rush beim neuen klc findstand natürlich wieder mit dabei noch micha und ich noch meuren und ja fuck a und b ist schon gleich im selben team ich bin im gegner team wer hätte es gedacht ich habe keine lust so richtig auf action hier ich mache jetzt mal ein bisschen sniper ich habe meinen ersten geholt naja ich habe meine ersten zwei tote abgeholt schöne naja ich tötte ein alles im blut alles im blut du darfst du auch nicht tötest hat mich überrascht dankstelle auch schon ein punkt war vorher welche tankstelle jetzt ein dankstelle das sind tankstelle ja sehr weit im süden ist die warum sind wir nicht so im team das fickt mich gerade schon wieder richtig hatte naja was soll es mal nicht was soll es ich glaube ich werde gerne mal mein ton noch etwas lauter drehen ihr kunden hätte doch messern können so ein das ist ja so jetzt sollte es etwas mehr knallen und pang pang waren ok wo das ist ein sniper na gut das ist so richtig mit dem sniper komme ich gerade nicht klar mich ja werde ich wohl doch wieder mal aus der welt machen müssen hätte es fuchst mich jetzt gerade dass ich nicht weiß wie die netter ist keine ahnung wie die heißt man die heißt giants of karelia einfach mal auf tab drücken du könntest auf kareja rush 15 min 6 min left einfach mal sehen ob die das in sechs minuten noch hinbekommen ist recht wenige unterwegs kann es irgendwie sein da wird hier scharf geschossen als ob wir nicht scharf geschossen werden wird dann ne das ist volles klappt oh micha bist du bei der tankstelle ne alter da ist ein sniper unterwegs alter hat der sniper mich weggeholt ja die mauer die macht jetzt schon keinen spaz ja irgendwie naja ich weiß nicht vielleicht haben wir die nur auf der runde ey was ist denn das da schießen die mit dem boot ach so du bist bei dem boot ja nee ich bin nicht bei dem boot ich bin von dem boot aus millionen metern entfernung abgeknallt worden Was ist das für eine Ecke hier in der Map? Was soll das denn? Ich gehe jetzt hier mit hoch. Ihr meint euch ins Fäustchen lachen. Das B kriegen wir nicht mehr. Kannst du vergessen. Wir kommen ja nicht mal aus unserer Basis raus. Ihr bekämmt uns so gut. Boah, Alter, tolle Leistung. Tolle Leistung. Ich weiß nicht mal. Ja, die fahren das Boot an so einen Abgrund. An so einen Abgrund. An so einen Ufer. Sehr schön, das Wort. An so einen Ufer. Und dann kippen die das praktisch so, indem die dort hochfahren. Und dann knallen die alles ab. Ja, ich sehe es. Das ist ein festes Geschütz. Cool, das ist voll schlau. Könnt ihr auch machen. Nee, wir haben ja kein Boot mehr. Was habt ihr hier? Wow, das war ein Headshot. Wow, fuck. Das war ziemlich dumm. Mein lieber Michael, das war ziemlich dumm. Alter! Alter, ey. Da waren doch voll die verkackten Bäume dazwischen. Oh, Mann, ey. Ey, die Splice-Blacklist-Session hat mich gerade echt runtergezogen. Das ist voll gegogult. Aber ich hatte urkrasse Verbindungsprobleme bei Blacklist. Ich weiß nicht, das ist voll unnormal. Ich habe keine Ahnung, was der los ist. Der hat alles gemacht. Der hat sein Router neu gestattet. Der hat Reichter neu gestattet. Der hat Uplay neu gestattet. 98, na klar, 98, logisch. Was sonst? Ja, Michael. Es ist nun mal so, wenn man so schlecht ist wie du. Tut mir leid. Es ist noch die Wahrheit. Ey, das ist doch zum Kotzen. Fickt euch doch mal. 1,6. Ich versau heute mal ein ganzes Statist. Wow, ich werde beschossen mit dem Sniper. Aua. Was ist los? Aua. Ich kann doch mit dem Sniper machen, ne? Aua. Da versuche ich mich echt zu... Oh, wow. Da versuche ich mich echt zu kehlen. Alter, 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 Alter. Scheiße. Ja, da werde ich von dem Sniper direkt in die Arme... Was, der versucht sich zu killen? Ja, in diesem Spiel? Wo es ja darum geht, freundschaftlich miteinander zu handeln. Ja, Blümchen auszutauschen und... Ey, so ein Arschlag. ...gemeinsam in Trommelkreisen zu meditieren. Ja, in diesem Spiel versucht er mich zu killen. Ey, so ein Arschlag, ne? Was dem einfällt. Hä, wo haben die denn ihre krassen Maschinengewehre hingestellt? Wow. Ha! Was? Ha! Klar. Das klingt so, als hätte ich dich gekillt. Aber hab ich gar nicht. Nee, sonst hat mich grad gekillt. War ein bisschen dumm. Oh, oh, Alter, äh, was hast du gesagt mit, äh, das kriegt denn die hin? Oh, oh. Das hat's mich an. Oh, na, komm, komm nicht raus. Komm nicht raus, scheiße. Ja, irgendwie ist das Ding geplantet, ja. Ich mein, ob's auch hoch geht. Ja, wahrscheinlich, ja, weil ich... Oh, Alter, war das dämlich. Ja, wir haben die Bs verloren. Was war denn jetzt auf einmal los? Wie ging das so schnell? Zack, stand dort irgendwie 30 Leute in der Gegend rum. Was zur Hölle? Naja. Kann man jetzt nix machen. Rückzug haben wir jetzt neue Ziele, oder was? Ja, ja, es gibt noch A und B. Ich glaube, das sind die letzten. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Ja, das ist neu. Hey, ich frage mich, ob das die letzten sind, die 19. Vielleicht ja beides. Vielleicht ja einfach beides. So. Wo? Na, Gott. Oh, das ist so... Das ist so ein wunderschönes Bunker. Ich hab mir noch einen schönen Headshot mal hingekriegt mit einem Sniper. Okay, wo ist denn hier A und B? Alter, hier werden so Roboter gebastelt. Alter, ich fühle mich ein bisschen wie ein Titanfall. Ach, das ist so eine Anlehnung an irgendwie hier... Battlefield 2142, ja? Ja. Kann es irgendwie sein? Weiß ich nicht. Wo ist euch hier? Ja, das war so dieses Zukunfts-Betalfield. Das weiß ich. Und ausreichendem Max hat es einen anderen Scheiß. Klingt die Raumschiffe... War das okay? Nee, eher nicht. Das war nicht ganz okay. Wo ist denn A? Ach, A? Nee. Nee, war ich schon mal bei A? Nee, ich war bei B. Wo ist denn A? Wo komme ich zu A? Ach, da sind wir. Ja, sorry Leute, dass ich jetzt gerade überhaupt nicht hier verteidige oder irgendwie die Linie halte. Ich muss jetzt mal erkundschaften, wo A ist. So. Aha, hier ist A. Okay. Sehr schön. Na gut, jetzt ereile ich mal hier meinem Kollegen als Hilfe. Oh, sorry. Das war ein Kumpel. Jetzt hätte ich gerne mit meiner Sorge gehabt. Was hast du für eine Knappe? Ja, ich habe gerade Sniper wieder gemacht. Ach, Sniper. Ich habe auch zwei wunderschöne Headshots gemacht. Ja, jetzt bist du nebenbei gestorben. Einmal. Wow, Alter, man. Kannst du die Bunkertür uns zu machen? Was war jetzt mal mit gestorben? Wie hast du denn jetzt dabei gestorben? Bei zwei Headshots? Hä? Na, einmal. Boah. Das ist eine gute Statistik. Das war ja das coole. Aber davor bin ich halt mehrmals gestorben. Ach, das macht es wieder weniger cool. Was gibt es hier noch für Eingänge? So. Ach, Mann, ey. Weißt du, wie lange man irgendwann wieder braucht hier, um sich bei den neuen Maps einzufinden? Das finde ich voll ungut. Wow. Also ich habe da nie solche Probleme. Du rückst dich ja immer auf, dass man die Maps nicht kennt. Ich finde das irgendwie total unwichtig. Also nicht essentiell, um das Spiel wirklich zu entscheiden. Das ist vielleicht noch ganz lustig, um drei Mal mehr Kills abzustauben. Aber ansonsten ist das doch vollkommen irrelevant. Das Ziel ist doch klar markiert. Ja, aber trotzdem muss man halt wissen, woher die kommen können und so. Finde ich. Wie die uns flankieren können, sonst was für ein Kram. Aber nun gut. Es sind zwei verschiedene Ansichten. Sind, denke ich, beide vertretbar. Was geht denn hier vor der Führung? Ja, ich gehe doch mal lieber in den Bunker wieder rein. Wir haben ernsthaft schon B geblendet. Ja, ne? Das ist jetzt die Sache. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie die zu B gekommen sind. Nicht durch den Haupteingang. Ja, ich bin mal von hinten gekommen, habe ich mir mal erlaubt. Darf ich das? Ja, ne? Das meinte ich halt. Man sollte die Map kennen, um zu wissen... Ja. Um halt sowas aufzuhalten. Juhu. Wie viel hast du jetzt weggerotzt? So sechs Leute? Ja, ich habe drei. Freien Mann habe ich gekillt. Aber geil. Bin jetzt zerstört, ne? Du hast es geschafft. Alter, so ein Lacker. Da würde ich mich auch Quickscope-X nennen. Wenn ich so ein Arschloch wäre. Recht hat er dich weggequickscoped. Ah, der ist übelster Kunde. Reingerannt, weißt du, mit dem Sniper und einfach nur gedrückt. Und sofort tot. Ja, vielleicht haben wir es ja auch ein Bild drauf. Man weiß es ja nicht. Was nicht unbedingt das Wahrscheinlichste ist. Warum läuft es ja nicht die ganze Zeit so? Alter, was drückt. Oh, Alter. Alter, kann es sein, dass der Bunker einstürzen kann? Der pröckelt nämlich gefährlich. Hat der hier euren Bunker kaputt, oder was? Ja, irgendwie schon. Der pröckelt nämlich ganz schön gefährlich. Ich kann kein Russisch, aber ich würde sagen, dass die irgendwelche Warnungen ausspricht. Nein! Jetzt muss ich nachladen. Na, ich war um der fucking Ecke, ey. Fick dich doch. Ah, fickt mich das gerade. Unschöner Scheiß. Komm schon. Komm schon, die Frauen. Oh. Ja, die stehen ja zu dritt, alles klar. Hm. Wie lange haben wir denn noch? Noch 150 Mal, ne? Mehr nicht. Ach ja, stimmt, wir haben noch gerade. Ach so, alles klar. Und drei Minuten. Hm, das Blöde ist... Oh, Alter, der Bunker ist wirklich eingeschützt. Alter, der Bunker ist krachen gegangen. Alter, aber hier ist nur eine riesen Dampffolge. Übeis geil. Alter, die versuchen hier... Wow, da kommt hier reingestürmt. Wow. Also Battlefield nicht schlecht, ne? Das habt ihr richtig gut gemacht. Nein, ich se... Wow, ich seh nichts mehr. Wow, fuck. Ich seh nichts mehr. Acht Minuten. Hm. Wo ist ein A? Ach, da oben noch. Okay. What the fuck? Alter, ey. Das ist super, ey. Jetzt wäre ein Basejump schön. Schön direkt hier durch die Decke rein. Wow. Oh. Ah, wieder der Quickscope-Typ. Das ist ein Hacker oder so. Weiß ich nicht, was der ist. Normal ist das jedenfalls nicht. Wow, nein! Ah! Mit der A.O.G. ey, ist klar. Was heißt das jetzt, ich komme nicht mehr von hinten in den Berg rein oder was? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Echt. Ich... Ich habe keinen Passenschimmer, aber es muss euch einen Vorteil geben. Ansonsten könntet ihr den ja nicht zerstören. Das wäre jetzt ja ziemlich dämlich, wenn es uns einen Vorteil geben würde. Sollten wir erst sofort unseren eigenen Bunker sprengen. Also in den Bunker komme ich noch. Die Frage ist, ob man von der Seite irgendwie rankommt. Das weiß ich gerade überhaupt nicht. Also von der Map her, irgendwie schon... Oh, von hinten kommt ja her. Oh, fuck ey. Nein, nein, das hätte nicht passieren dürfen. Der hat noch vier Leben. Ich habe gedacht, es wäre unsere, weil da irgendwie so ein blaues Kreuz noch da war. Äh, Dreieck meine ich. Das war jetzt ganz komisch. Ja, ist doch klar, dass er mich da noch wegrotzt. Alter, da steht er auf einmal zu fünft hier drunten. Ey, Leute. Na gut, das ist natürlich nicht so schlau gewesen jetzt. Ach, da war das schlau. Oh, wo bin ich denn hier jetzt? Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, hier. Ach so. Okay. Hm. Jetzt kommt die ganze Zeit diese Endzeitmusik, ne? Also, dass wir es gleich geschafft haben. Das finde ich übrigens dämlich. Echt? Bei mir doch nicht. Vielleicht hörst du es einfach noch nicht, weil du dämlich bist. Vielleicht ignorierst du es ja gekonnt. Oh, das ist eine Krone. Hm. Oh, was? Was? Von hinten? Alter, er hat mich überrascht. Ah, ihr habt ja irgendwie... Ah, wir haben es gearmt. Ihr habt ja auch so ein bisschen einen Clan bei euch, ne? Einen TSB. Ich weiß nicht. Ich bin jedenfalls schlecht. Ja, das du... Bin nur ein Mitläufer. Was du schlecht bist, das kann ich mir schon gut vorstellen. Was jetzt die schöne Endzeitmusik? Ja, jetzt schon. Was er jetzt wirklich dem Endzug geht. Ey, wie ist er da rangekommen? Ach, von hinten, ne? Ja, ich glaube, das war's mit uns. Ja. Ah. Ja. Und schön. Was jetzt? Schreiben sie alle GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG soll es denn sonst sein und check out streamer auf jeden fall machen wir gleich natürlich war weil ich habe die ahnung hast du jetzt an meinen rechner dann stecken wir mal die streamer auf jeden so ok das war die erste rote hier bei kreia irgendwas 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 dieses auto aus kreia ich kenne kreia nicht aber ich glaube der ist schön so leute fürs zuschauen und haut rein bis zum nächsten mal aufs nächste